Hallo, wir sind es wieder. Heute bauen wir Kaplan. Kaplan kann man ganz viele Sachen bauen. So Häuser und die Möger. Seht ihr das? Und es hat noch andere Sachen gebaut. Das sind alles so Klötzchen, fertig. Und diese können wir aber zusammenstellen. Gut, hier hinten haben wir ganz viele, eine ganze Kiste. Wir haben auch eine farbige Kaplan und eine ganz normale Berliner Kaplan. Jetzt bauen wir noch etwas. Und dann machen wir die grosse Burg zusammen. Eine riesige Burg. Ich mache eine grosse. Und dann machen wir das. Und dann machen wir das. Und dann machen wir das. Jetzt sind wir schon weit, wir sind schon im Dachtrag, Leon und ich, und der Silvan ist immer noch im Kreis, aber im Sinne ist er viel grösser, äh, dicker, dicker, und wir sind grosser, und Leon ist schon müde und liegt am Boden. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.